hallo und herzlich willkommen hier an unserer tankstelle irgendwo im nirgendwo so genau ich hatte gerade noch mal fix reifen bestellt und werkstatt zeug deswegen habe ich aber wenig kohle und muss ich mal wieder geld verdienen hier ich hoffe wir haben noch genügend sprieet so wollte ich doch zur sicherheit so oh nein nicht schon wieder der nicht schon wieder der moment wo ist die radde ich will ihn doch mein sack gott wo ist er ja ich komme gleich scheiß ich habe keinen sack mehr schwindel plage jetzt ist es weg ist es weg okay gut aber wir müssen bedienen so so dass ich nix ja ich weiß erfolgreich abgewährt das wäre natürlich cool ja schön mit müll bewerfen und dann kommt er so oft nicht und mehr durch eure wände sehr schön er bringt auch nur 100 liter weiß keine kohle ab ich weiß noch nicht so genau ab wann wir den kredit von unserem onkel nehmen müssen wo steht ein auto in der werkstatt ja komm bau die busseite stelle vor der tankstelle wieder auf na dann mal gucken sehr gut so und ein folgendes hallo werkstatt kunde ich sehe schon also das einreifen habe ich schon gesehen so machen wir mal hier das fröhliche reifen wechselspiel ja oh er braucht noch einen gut sollen wir hinkriegen sollten wir hinkriegen ich müsste mal gucken irgendwann können wir wirklich leute einstellen und müssen auch weil nicht dann schaffen wir sonst nicht mehr aber da brauchen wir auch etwas kohle so sehr gut so was hast du noch für probleme my friend äh ja spiegel wir doch ein ja oh ähm wieso so 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 oh und einmal ein kratzer so natürlich auch ein bisschen weg so, irgendwann haben wir ja auch mal eine Autowaschanlage so, äh, hast du noch was? äh, die Pieck glaube ich kann man ach, er will Öl ach, tut mir gerückt ähm, ja er will Öl, ne, kriegt auch noch Öl dazu äh, wo noch und und ist zufrieden und ist zufrieden, den nehmen wir auch mal gleich mit hier was weg ist, ist weg so oh, 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 shit die, 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 die aber ich tanke jetzt erst mal ja, erstmal ja mal so schnell nebenbei ja, du auch so, jetzt seid ihr dran hier wir haben es auch schon rumgeworfen oh mein ja, alles klar, ciao tschüss so, der nächste bitte oh, da fühlt sich doch die Kasse auch schon wieder sehr ordentlich kann ich jetzt eigentlich hier schon mal so probewischen um ein bisschen wische, 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 wische ja, alles klar so ja, das sieht gut aus, Werkstatt, Werkstatt ist auch keiner, aber es wird keiner angezeigt, ne tatsächlich, da ist tatsächlich einer ach, ne, halt, die ist ja noch empty oder nicht empty gut, ähm, guten Tag was haben wir denn da ich sehe schon, da ist ein Reifen kaputt ich sehe, sie will öl ich sehe, sie hat einen Reifen gut, lassen wir mal gucken hier alle bitte so mal machen wir es mit dem Reifen da war es nicht da war es so schabums schabums so so, öl möchte sie auch ich kann das aber jetzt nicht hier, die ist ist die leer ist leer ja ach, bist du schon fertig du bist zufrieden ok so hier ist es noch äh öh äh 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 wie haben sie das Klo, äh 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 nein so ich muss dich mal auch an die Küche gedulden ich muss eben mal den Müll rausbringen dann müssen wir auch mal abholen lassen dann müssen wir auch mal abholen lassen zack zack schabups ah tun wir irgendwie noch tanken ja jajajaja das wissen wir doch so lass mal hier noch ja ja gegsel ja ich hab kein alkohol tut mehr leid kommt alles noch jup trinkert gekriegt cool ja du auch so mal gucken hier ist keiner oh gott ne dabei steht auch keiner sonst oder doch nö hat er angerollt ok so was können wir denn für sie tun so was können wir denn für sie tun oh ich seh schon ein Rad zwei na dann fahren wir bei so mal gucken ob wir das mit der Klo oder muss das noch hinkriegen ich glaub es zwar nicht in der Folge hier aber wollen wir gucken mal schauen mal schauen mal schauen mal schauen so dann warte unten noch und er war ja alter oi 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 ja ich bin ja gleich da o was haben wir denn hier noch bei ihm also hier ist Spiegel Kratzer Öbel nicht ne gut dann machen wir fix noch fertig ja ich fülle einfach ein so halt auch weiter das war die andere seite oder ja ist ja genial dass die selbe spiegel sehr praktisch so ich hatte noch zu tun ich bin unbezahlbar so meine damen ist ja ich habe einen fisch zwischen den beinen ja nächster bitte Weit ist Geld Pss, ist wieder sauer. Shit, ich habe sie erst vor sehr weggeborgen Sie werden hier weit und breit nichts besseres finden, meine Dame. Ähm, ah ja. Fluppen, Alter. Ja, kauf Zigaretten, ich muss das Regal umhängen, genau. Machen wir was? Siehste, wusste ich doch, wusste ich doch und unsere Ware geht zur Neige, aber wir haben ja auch Kohle, wir können dann auch wieder bestellen, der Fisch irritiert mich, aber egal. Cool. Ja, weiß ich doch. So. Kraftstoff, jawohl, bin sofort da. Ähm, da. Bitte, bitte und immer wieder gern. So, Fisch. Ähm, ja. Nein. Hm. Ist zwar nicht besonders das Tier lieb, aber ja. Ja. Ich glaube, wir müssen nochmal VGV machen. Ja, sonst. Oh. Machen wir gleich mal die Toiletten mit hier. Dürfte eigentlich nichts sein, weil die sind noch nicht fertig. Achso, Müll. Müll, 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 Müll. Müll. Aber noch Eis. Haben wir. Haben wir. Da ist noch genug da. Getränke sieht scheinbar schlechter aus. Ähm. Und hier ist noch ein bisschen vorhanden. So. Kohle-Werkstatt. Na. Das hat man ja lange nicht. So. Aber der Vorteil ist, desto mehr Werkstatt-Service, ähm, desto mehr Kohle kommt rein. Überhaupt drauf. Oh, so. Großeinkauf hier los. Ich glaube, der Supermarkt ist. Hat zu. Jo. Du auch. Kunde an Kraftstoff. Der muss leider erstmal bedient werden hier. Und Kunde in Werkstatt muss auch erstmal bedient werden. Manchmal müssen Sprit bestellen, glaube ich. Next bunch. Ja. So. Moin. Jetzt hauen die hier ab. So. Reifen. Seh ich schon. Reifen einmal. Reifen einmal. Gut. Sehr gut. Schlupp. 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 Hui. Mal gespannt, wenn wir denn die Wascherlager haben. Also. Warte. Dann hoffe ich, dass wir Leute einsteigen können. So. Was hast du denn noch hier? Ähm. Äh. Ach doch. Der Reifen ist doch kaputt. Nö. Dann kriegst du halt noch einen. Ja. Da rappelt der Wecker schon wieder. Nein. Ich will fortsetzen. Wolle ich nur den Wecker ausmachen. So. Hör mal. Hab dich auch lieb Technik. So. Ähm. Wir machen das jetzt hier noch zu Ende. Es ist jetzt 15 Uhr. Naja. So. 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 Was war uns noch? Äh. Scratches und Motoröl. Okay. Ja. Dann halt so und so. Sehr schön. So. Und einmal Öl. Fürs Wägelchen. So. 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 Sorry. Hat ein bisschen gedauert. Ich mach dafür auch das Kassenband sauber. So. 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 Danke. Du auch. Danke dir. Auf Wiedersehen. Ach. Jetzt gar keiner mehr. So. Ihr Lieben. Wir machen aber mal ganz fix die Tagstelle zu. Und ich sag mal. Wir sehen uns wieder. Wenns wieder heißt. Irgendwo im Nirgendwo. Hier an der einsamsten Tankstelle der Welt. Es grüßt euch euer Silber. Ciao. Ciao.